Warte mal, können wir da in die Kanadisation? Ne, ist ein Gitter vor, schade. Jetzt gucken wir mal, ob wir es mal wirklich schaffen hier mit Stealth und so. Aber geil ist das, oder? Schaut euch das mal an, wenn man hier so schleicht, das sieht schon echt geil aus, oder? Also dieses Feeling, was die wirklich hier einen geben bei dem Spiel ist schon echt Hammer. Sogar die Regeneffekte und alles. Ja, wirklich, ich fühle mich jetzt schon ganz nasse. Okay, das Problem ist, wir können den im Turm ausschalten, ist gar kein Problem, aber sehen das die Leute, das ist halt die andere Sache, ne? Wenn du gleich triffst, dann nicht. Du gerade mit deiner Drohne unterwegs? Soll ich den erschießen, den im Turm? Mach mal bitte wieder 1, 2, 3, 4 Punkte mit deiner Drohne. Soll ich den erschießen? Ich schicke auch mal meine Drohne los. Ich kann nicht pinken, warum auch immer. Soll ich Nummer C schon mal erschießen? Ja, ich habe ihn gefunden, wir müssen ja unser Ziel finden, da ist er. Den müssen wir verhören, okay? Ja, oh, 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 blinkt, blinkt, da ist einer. Warum kann ich den nicht pinken denn? Schon mal schießen oder erst mal ein bisschen warten? Ähm, kannst du ja mal probieren, ob du den eventuell kriegst. Okay. Fällt gar nicht auf, die Drohne hier, ne? Hallo, ich bin ne Drohne. Der sitzt da mit seinem Fernglas, weißt du? Warte mal, oh, du hast ihn schon weggeschossen. Ey, warte doch mal, Jungs. Da oben ist auf jeden Fall auch noch einer, da ist ein Scharfschütze. Scharfer Schütze. Okay. Guck mal ins Wasser. Ja, ich kann den aber wirklich nicht anpingen. Der sind ping-immun, sind die. Da ist unser Ziel, wenn wir den töten, ne, wir müssen den verhören, also passt auf, ne? Was heißt denn dieses Blitz da? Ich denke mal, das dürfte in welchem Strom sein, ne? Aber das ist, äh, momentan die Kloschkette, ja. Stromgenerator, ja. 14 Daumen hoch. Super, freundlich, mega cool. Wo kann man sich das, achso, deswegen die Frage. Ähm, es wurden ein paar Leute ausgewählt, die einen Code bekommen haben, die dürfen dann die Beta zocken. Und dann konntest du, wenn einer einen Code hat, natürlich nochmal ein paar Freunde einladen. Und, äh, deswegen haben wir uns so gegenseitig eingeladen und können zocken. Okay, Leute, was sagt ihr? Sollen wir ein bisschen näher ran? Wir müssen, noch drei Ziele haben wir noch da unten. Aber, wenn einer stirbt, das sehen die ja, oder nicht? Ja. Also, die... Wir müssen aufpassen, da kommen immer mehr. Und da hinten dieses Stromsignal, heißt wahrscheinlich, wir können denen das Licht ausmachen, oder? Genau. Ja, dann würde ich sagen, dass wir da hingehen. Also, die da hinten nicht ausschießen, wo viele sind. Ne, besser noch nicht, da sind so viele. Sobald das einer merkt, die kommen wieder mit 800 Verstärkungswagen. Wir müssen gucken, dass wir den Gelben irgendwie kriegen und den verhören können. Ja, mit F, aufklatschen. Ich hab sie komplett weg gewaitet. Ja, das haben wir gestern auch versucht. Ich sag dir, die haben uns auch gewaitet. Mit Hubschraubern und alles, was dazugehört. Naja, das hören die doch, wenn du die Lampen ausballerst. Eigentlich, aber gut, das ist ein Spiel. Naja, vielleicht denken die, das ist Batman. Also, ich hab den Typen, hab ich im Visier. Ich würd ihn so gern töten, aber man darf ja nicht. Lasst uns mal jetzt hier links lang krabbeln. Da hinten ist auch ein Schloss. Genau, zu Nero. Alle zu Nero. Und immer schön mit Drohne. Mhm. Warte mal, ist hier unten in dem Haus einer drin? Nee, oder? Geh mal auf, Angriff. Pass auf, ne? Die Drohne geht schon. Ich geh mal ins kleine Puppenhäuschen hier. Also, wenn wir es schaffen, den Strom auszuschalten, geht da hinten automatische Tür wahrscheinlich auf. Machen wir mal. Was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas Informatives? Blacky the Husky schreibt, würde euch raten, einen nach den anderen auszuschalten. Machen wir. Machen wir. Das versuchen wir. Ja. Komm mit. Komm mit. Wir gehen zum Tor. Wir machen jetzt Tor-Invasion. Ich hab mal ne Idee. Ich will mal was gucken. Okay. Viel Spaß beim Duschen. Und der Philipp Bolle ist da. Hallihallo. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Tag. Beziehungsweise ein A. Ach. Okay, überqueren. Warte mal. Ja, wir können hier drüber. Wir sind drin. Warte, warte. Warte auf mich. Ich befreie mal unsere Kumpels. Hallo. Leute, seid nicht so faul. Beschnappt euch alle Waffen, die ihr habt. Die haben alle so geile Bimmelmützen. Aber der ist blind. Ich hab blind. Guck mal. Achso, der redet, oder? Ich dachte, der ist blind. Guano, da hinten ist ein paar mit Geschütz. Ja, Moment, Moment. Wir sind ja unauffällig. Boah, hier holen sie gleich die übelsten Waffen aus irgendwoher. Ach, da ist die Waffenkiste. Ey, ist das nicht geil, dass man die Waffenkiste direkt neben Gefangenenlager, äh, macht? Das ist ja voll cool. Wie? Ja, das ist halt Bolivien, ne? Rebellen greifen Unidad an. Na, klasse. Super, dass wir stealth reingegangen sind. Aber keine Sorge. Ich hol mal den Mörser, liebe Freunde. Ich hol den Mörser. Ja. So, Mörser. Mörser, komm. Mörser, komm. Geht euch den Mörser rein, liebe Freunde. Oh, Baby. Yeah. Ich hoffe, ich treffe auch einen. Der war so geil. Toll. Hat natürlich jetzt gar nichts gebracht. Aber der Wille zählt. Ihr müsst immer dran denken, der Wille zählt. Mhm. Ja, ich hab mir wirklich zuhause. Wenn du eine Lümmelmütze. Der komische Typ darf nicht abbauen, ne? Ich hab mich schon. Sehr schön. Das ist die Schicksal. Jetzt bleib doch mal stehen, Alter. Der nicht. Ist hier noch welche? Der einen. Der einen. Ah. Sticks jetzt mal. Boah, ich werde gleich eine Granate hier. Raste gleich aus hier. Schluck die Granate, du Dreck-Sau. Gieß. Nimm die andere Waffe. Was ist denn? Ah. Ah, meine Kumpels haben schon. Mann, ey. Jetzt kommen wir eigentlich theoretisch zum Generator, oder? Ah. Ey, wir haben eins abgeschlossen. Juppi. Warte, wir haben noch mehr hier. Ach, hier ist der Strom. Ich mach mal deaktivieren. Guck mal, was passiert. Yeah, ist alles unkult jetzt hier. Cool. Ah, ah. Leute, geht mal ins Haus. Wir müssen zusammenbleiben. Äh, hinter uns. Hinter uns. Ich brauch Hilfe. Ja, wo bist du denn? Ja, vorne, vorne, vorne. Da hinten. Sirup, ja. Ich unterstütze dich. Ah, mit meinem Leben. Mama, die Lade ist so leer. Shit. Ah, sie kommen. Ich leg neben dir, ich leg neben dir. Wenn du hast. Ich kann keine mehr werfen, scheiße. Oh, hey, Rho. Oh, die halten voll viel aus. Ja. Ihre Deckung ist scheiße. Ja, das weiß ich auch. Ich renn weg. Komm, Helikopter rein. Lass die ausschalten, oder? Unsere Bellen helfen uns. Sehst du, dass du reinkommst? Komm. Na gut, ich komm. Ey, wartet. Oh, fuck. Lass mich ein Bild rein. Boah, die holen ja gleich. Komm, komm, komm. Das Ding ist kaputt. Ja, ich kann nicht. Das Ding ist kaputt. Ja, ist kaputt. Komm, raus, komm raus und es explodiert ihr gleich. Geht raus. Ja, ich bin draußen. Geht aus. Geht aus. Geht aus. Komm, ab in den LKW. Lass es hier irgendwie abhauen. Überqueren, überqueren. Überqueren doch, du Affe. Kommt raus hier, raus hier. Da geht es nicht raus, oder? Doch, hier. Ein ganzes Freidorf hier. Alter. Ja, einen haben wir. Wir können auch den Panzerwagen nehmen. Scheiße. Alter, vom Boden. Granate. Achso. Hero. Will er beleben? Leute, wir werden hier gerade zusammengeschossen. Pass auf, da kommt jemand. Die wurde vollgeschreibt da. Bam, bam. Nehmt den Heli und fliegt. Da haben wir versucht. Aber Revan hat sich gepennt. Und die Granate hat uns aufgehalten. Ja, macht nichts. Alles gut. Okay, weiter. Oder wir nehmen den Panzerwagen da mit den dicken Uzi. Da können wir auf jeden Fall austeilen. Wo ist Panzerwagen? Hier, komm mit. Doch nicht da rein. Doch, wir holen. Wir müssen unsere Leute doch retten. Kommt. Was? Bang, bang, beautiful haben sie gesagt, Leute. Und dann möchte ich auch beautiful sie behalten jetzt. Ja, 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 ja. Da, tot. Bam, bam. Hier ist der Wagen. Einer ans MG. Wo ist denn der? Ach, da. Ja, ich stehe ans MG. Schieß ruhig. Ja, erstmal. Aaron. Ja, erstmal. Dings. Da war es. Sorry. Da. Ubisoft Programmierung. Das MG. Ihr werdet das vielleicht erreichen. Boah. Guck mal, wie viele da sind. Wollen wir die nicht wegklatschen? Ne, da kommen wir mal mehr. Du klatsch. Du hast schon gesehen, was gestern passiert ist, oder? Ja, okay. Lass abhauen. Aber unsere Kumpels kämpfen noch. Ich finde das so, das ist ein richtiger Krieg. Wir hauen ab. Ja. Naja, unser Auftrag ist ja abgeschlossen. Wir haben jetzt vier von sechs erledigt. Also von daher. Mach mal Nachtschicht an. Mama. Nachtschicht an. Nachtschicht an. Ja. Ich bin Mama. Toll. Hängen wir jetzt fest, oder was? Ja, wir sind abgeschlossen. Na gut, komm, abhauen, abhauen, komm hier lang. Lass die Jungs, die Rebellen sollen sich mit denen unterhalten da. Wir haben keine Zeit dafür. Okay. Wir machen jetzt einen auf Dschungel. Was wollt ihr, liebe Freunde? Wollt ihr Nachtschichtgerät? Oder wollt ihr die normale Sicht haben? Ne, weil das ist doch viel zu dunkel bei The Eternal Stream. Ja, weiß ich nicht. Die können sich das ja aussuchen. Oder Werbebild ist doch geiler. Ja, Werbebild hab ich noch nicht. Ja. So, geil. Das war, äh... Lass mal hier hin. Da ist noch ein Fertigkeitenpunkt, den will ich haben. Ich hab ihn markiert. Alles klar. Okay. 400 Meter. Was wollt ihr sehen? Die normale Sicht oder Nachtschicht? Ihr habt die Wahl. Der Qual. Da steht ganze Zeit Kletter, nicht wahr? Aber... Nein! Was macht der Rebellen? Der ist grad geschwommen auf der Straße. Ja, sicher. Alter, ich schwimm immer. In der Pfütze. Oh, geil, Mann. Oh, Mann. Alles klar. Da müssen wir... Müssen wir überhaupt lang? Da vorne. Alles klar. Rivano, der Straßenschwürmer. Ja, übel. Ihr werdet es schaffen. Auf jeden Fall. Wir geben unser Bestes an. Ah, da ist unser Heli. Hey! Dann lass uns mal hinfliegen. Nee, danke. Oh, oh, oh. Aufpassen. Man kann auch geknallt werden hier von so einen Leuten. Also überfahren werden. Ich hab mich da mal hingesetzt. Ich bin mal neben dir, Rivano. Ich liebe diesen Heli. Na, Rivano? Ihr habt ja auch eine enge Beziehung, ne? Hallo? Wie geht's dir so? Wie geht's dir? Ist das schön hier, ne? Oha, wie viel da einfach sind. Nein. Jawohl, sehr schön. Drück mal Ehre, Warnung. Aber er versucht's immer wieder, ne? Ja, sobald ich den falsch... Obwohl, wir haben den falsch schon auch gegradet, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir automatisch einen haben, aber ich bin nicht hoch genug. Meinst du? So. Hä? Wo denn? Ja, ich muss sagen, es würde mich mega reizen. Mega reizen. Was soll hier sein? Ein Fertigkeitspunkt? Ja. Wo denn? Bei mir ist nichts. Wie, bei dir ist nichts? Du hast das schon eingesammelt. Aber ich hab grad gelesen... Da muss... Da muss... Da muss für jeden... Da muss für jeden zugänglich sein. Ja, bei mir ist auch einer. Hier neben den Stein. Was soll der sein? Hab ich. Ich hab aber nur einen. Ich brauch auf jeden Fall noch einen, damit wir C4 freischalten könnten. Nee, aber oh, wir brauchen Krankenhauspunkte. Also diese Erste-Hilfe-Punkte brauchen wir noch. Ich brauch die Erste-Hilfe-Punkte. Ich hoffe, es wird... Oh, die... Ey, die jagen uns. Die kommen immer näher, ne? Guck mal, da unten. Da rennen die noch. Ja, dann komm, zum Heli. Alter, wie krass die sind, ey. Die riechen uns immer noch. Trevano. Das sind die Steinhaufen von Blair Witch, oder? Ja, ich komm hier schon. Statt zu reden, würde ich lieber abhauen, oder? Ja. Der rennt die Gegner zu Tode. Das ist... Wurde eigentlich draufschießen, aber jetzt sind wir aus Reichweite. Nachtsicht. So? Gucken wir uns mal die Welt an. Also so sieht's aus mit Beleuchtung. Kurz nachladen und jetzt haben wir Nachtsicht. Boah, es sieht gerade auch wie so eine Mission, oder? Wenn man da so die Nachrichten verfolgt hier. Nachtsichtgerät an. Bilden mich mal rein. Die Welt mit Nachtsicht. So, jetzt könnte Fallschirm springen. Okay. Tschüss. Der macht das nicht. Wir waren noch Fallschirm. Wir haben zwölf Zuschauer. Ich weiß gar nicht. Gib ihm nochmal höher. Kannst du noch höher? Muss mal ganz kurz gucken. Fertigkeiten. Da steht eh verlassen, aber der macht nichts. Also da muss stehen eh Fallschirm sprung, wenn ihr das Geld habt. Nö. Ja, Fallschirm sprung habe ich ja. Ich fahre aber ohne Fallschirm runter. Ich habe nur E, aber ohne Fallschirm. Bist du runtergesprungen? Also ich könnte Fallschirm springen. Also bei dir steht E. Ne, bei mir steht nur. Wenn ich das jetzt mache, dann wäre er auch tot. Warte mal. Egal, komm mal, wenn der andere macht. Wenn einer neben mir sitzt. Wo ist der Fallschirm? Da. Ich weiß nicht, frag mal die Leute gerade. Ey, Alex, schön, dass du wieder da bist. Hat einer von euch schon mal einen Fallschirm sprung gemacht? Also ihr habt es gesehen, ich habe es geskillt, ne? Fallschirm, da steht es. Also ohne Fallschirm kann man nicht runter. Ja, mit dem Fallschirm können sie aus dem Flugzeug springen und sicher landen. Oder geht das nur aus dem Flugzeug? Geht das nicht aus dem Flugzeug? Ich kann Fallschirm springen. Bei mir steht kein Fallschirm. Du hast schon wieder eine Hauptmission angenommen. Ne, lass uns nochmal eine Nebenmission machen. Hier ist noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Das ist ein Nebeneinsatz. Da hinten. Das ist ein Nebeneinsatz, da, genau. Schön, dass du wieder da bist. Er ist doch doof. Ja, passt auf, ich spring mal runter. Ihr könnt mich ja wieder aufsammeln von unten, okay? Du hast kein Fallschirm. Ja, ich habe Fallschirm. Warte, ich habe es. Steht mal die E-Fallschirmsprung. Ihr habt einen Fallschirm. Ja, was muss ich denn dann drücken, wenn ich runterspringe? Ja, was muss ich denn dann drücken, wenn ich runterspringe?